Zuvor bei The Last of Us Und ich glaube, das wird nicht einfacher, das Spiel Es hat nichts zu tun! Jesus Was, du kennst diesen Mann oder irgendwas? Frank Wer ist Frank? Er war meine Partner Er ist der einzige Idiot, der würde einen Schein so machen Er hat einen Schein. Hier? Und er... Ich glaube, er wollte er nicht nachvollziehen, also er... Ja, ich glaube nicht Ja, ihn nicht Guck, was ich gefunden habe! Er hat ein bisschen juice in es Das ist meine Batterie! Der Schein Geh raus! Geh raus! Geh! Die Batterie ist verletzt, aber... Die Zellen sind жив. Geh raus! Das bedeutet... Wir pushen es, werden es starten und den Alternatoren rechargen die Batterie Ist das dein Geist? Schau, du wolltest der Plan B, das ist so gut, wie es wird Was denkst du? Ich denkst du, dass du fahren und wir pushen Okay Scheint, dass es... Doch zu unseren Gunsten hier langsam passiert Weil das ist unsere Batterie, die hier ist Die wir so gesucht haben und leider nicht gefunden Und der ist angepisst auf Frank Und der ist angepisst auf Frank Danke für den Tipp Danke für den Tipp Danke für den Tipp, ich wollte schon losrennen Ich hab sehr viel Munition gegen den Kackbloter verballert Ich hab sehr viel Munition gegen den Kackbloter verballert Eigentlich so gut wie alles was ich hab Ich bin leer Bis auf ein bisschen Schrotflinte Lass mich wissen, wenn du bereit bist Ich gebe dir einen Hohler Keine Sorge, sag ich schon Ich mach erstmal eine Erkundungstuhr Ich brauch dringend Munition Ich brauch dringend eigentlich auch Hier ist ein Schickpapier Note von Frank Ja Die hatten sich gerne würde ich sagen Einerseits traurig Weil Bill anscheinend ja doch Gewisse Zuneigung zu dem olden Frank hatte Barz, Barz, Barz Klebeband Kann ich ein Messer bauen? Ich kann ein Messer bauen Jawoll Aber das spare ich bis zur nächsten Tür Die man nur mit Messer aufkriegen kann So, es gibt noch ein zweites Stockwerk, oder? Nee All diese Messer sind Gold wert in meinen Augen Die sollte man nicht am Monster verschwenden Oh, hier kann ich noch was Willst du dich okay mit diesem? Ja, kein Problem Du machst einen guten Job Ich dachte, du solltest das wissen Ich werde dich nicht mit diesem Hörst du dich? Okay, liebe Ellie Ich drück dich von hinten Komm Okay, lass uns Ich hoffe, sie hat die Bahnenbremse gelöst Ich werde es etwas kümmern Hörst du den Fuß auf der Kluge Und wenn wir die Runde Ich weiß, wie ein Kluge schrauben So, dann haben die Amis einen Klatsch. Äh, warte mal, warte mal. Warte, 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 warte mal. Hier gibt's so viele Ecken, die ich noch erforschen kann. Bis gleich, Leute. Okay, so viel zu erkunden, so viel zu erkunden. Wir schwangen wieder. Okay. Ich glaub, Erkunden war eine sehr, 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 sehr soviel Idee. Ellie! So, zack, zack. Bill, nimm du den Klicker. Da ist immer noch ein Klicker, Mann. Wieso killst du den nicht? Bill, du bist zum Dumm zu kacken. Naja, so viel dazu. Zack. Sauber, Bill. Fast hast du mich getroffen. Okay, ich glaub, hier gibt's nichts zu erforschen. Das wäre auch sehr unfair vom Spiel. Drück, drück, schieb. Drückt. Ich hoffe, wir kommen auf keinen Berg hoch. Kommt. Ja, da ist ein Gefälle. Gefälle ist gut. Zack, zack. Weg. Und ein Klicker. Ah. Da hab ich mich verkalkuliert. Zack, zack. Ich glaub, das wird nicht gut enden. Ah, shit. Da hab ich mich verkalkuliert. Komm. Komm, 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 komm. Ah, die stehen da schon links. Das seh ich doch von hier. Äh. Zack, zack. Kann man die Fäuste nicht upgraden? Das wird doch mal ein schönes Upgrade. Nein, den Klicker packe ich nicht an. Bill, dein Job. Hätte ich eine Stange, könnte ich was machen, aber... Komm, mach kaputt. Du hast ein Messer, Mann. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Schieb, 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 schieb. So, hier kommen aber gleich nochmal drei Stück. Komm, komm, komm. Nein. Ah, super. Eintreffer kassiert. So, einzelne kann ich. Nein. Okay, okay, okay. Sieht besser aus. Ein bisschen rumrennen, nicht einfach stumpf drauf. Und Bill ist echt nutzlos. Guck mal, warum rennt er einfach rum? Warum Bill ballert? Genau, wenn wir uns leise verhalten, sieht er uns schon nicht. Komm, mach den kaputt. Ich muss Munition sparen, Bill. Du hast sowieso auch zu viel von. Und schießen kann er auch nicht. Das ist echt ein Versager. Wie hat er sein Leben lang nur überlebt? Hier ist ein Dreirad. Ja, endlich. Ja, endlich. Komm, push. Push it. Oh, wie doch. Hinter uns ist auch einer. Fuck. Kein Treffer mehr. Zu viel Munitionverbrauch. Da liegt was. Da liegt Patron. Sehr schön. Sehr schön. Ah, Mann. All right, Ellie, get ready. Zünde. All right, Ellie, start it up. Zünde. Hörst du das Sound, Bill? Ja. Das bedeutet, dass du hier in mir fährst. Lass uns den kaputt machen. Nicht bevor ich hier noch ein paar... Ich komm ja schon. Jawohl. Ich hoffe, du kannst fahren, Kleine. In Amerika lernt man das mit 14, hoffentlich. Holy shit, da sind aber viele. Ja, wir haben das Kapitel geschafft. All right, das wird es tun. Stopp! Hörst du sie, okay? Die Frau hat uns näher getötet. Du musst es sagen. Okay. She didn't hold her own back there. You ain't gonna make it. Oh, oh. Here. What's this? You'd be amazed at how many cars still got a gas in them. Appreciate it. Look, Bill. Oh, ja. Von einem Schlamasselin in den anderen. Wo hast du das? Uh, Bank of Bills. Ich meine, all diese Sachen war einfach da. Was hast du noch? Well... Hier. Hier. Das macht dich so nostalgisch? Das ist eigentlich vor meiner Zeit. Das ist ein Wetter, doch. Oh, Mann. Ja. Well, besser als nichts. Oh. Ich bin sicher, dass deine Freundin dieses Mal erinnert wird. Mhm. Es ist ein Licht auf der Bildung, aber es hat einige interessante Bilder. No, Ellie, das ist für Kinder. Whoa! How the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. Hold your horses. I wanna see what all the fuss is about. Oh. Why are these all stuck together? Um... I'm just fucking with you. Bye-bye, dude! You know what? This isn't that bad. Why don't you try to get this lady? Right. I'm not even tired. No, 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 no. Well, perfect. Oh, what? Screw it. The President of Ali is starting to die. Easy. Please. Holy shit. Are we gonna help him? Put your seatbelt on, Ellie. What about the guy? He ain't even hurt. What? Oh shit. Oh shit. Can you hear me? My hand. Oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Aber wie geil die Mimik ist, ey. Als Ellie grad mit dem Lippen da so pfff gemacht hat, das ist so geil gemacht. Dann geh raus. Quick. Jetzt haben wir hier ein paar Räuber. Und du willst mich nie mehr anlegen? Ja, das hätt's wohl gerne. Grandpa. Ich hab schon dich. Das hast du von. Ich hab' dir gesehen. Ich hab' dir gesehen. Ich hab' dir gesehen. Sackgesicht. Motherfucker. Was ist los mit diesen Leuten? Schau' deinen Brot. Wir sind weg. Okay. Schau' dir aus. Schießereien. Ich mag keine Schießereien. Ich bin im Nachseil bei Schießereien. Okay, 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 okay. Wir sind hier mitten in ein Schlachtfeld reingeraten. Oh man. Wohin, wohin? Ich geh mal hier rum. Hier hab' ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Shit. Ich hab' dich nicht mehr aufgehört. Ach. Mann. Okay, das wird ne taffe Stelle. Der kam von hinten an. Er wollte mich bei Surprise Buds hexen. Why? Oh, jetzt hat die Musik aufgehört. Hat er unendlich Munition? Aua. Ja, die sind ein bisschen flexibler als die Runner. Ich bin hier echt im Nachteil. Okay. Das war mal ein guter Tipp, der da stand. Die ändern ihr Verhalten, wenn die wissen, dass ich ne Knarre hab. Na gut, eigentlich ist es offensichtlich, dass ich eine hab. Okay, komm her. Ah, die haben mich verloren. Sehr schön. Sehr schön. Dann kann ich das hier zu ne Schleich-Action ausnutzen. Beziehungsweise zu meinem Vorteil, weil... Zack. Komm. In die Wand. Aua. Eintreff hab' ich kassiert. What the fuck? Shit. Oh, den Finisher hab' ich noch nicht gesehen. Er hat ihm mitten in den Hals gehauen. Hedgehaut. Einer weniger. Shit, 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 shit. Ellie. Danke. Ich nehm' mal die Stange. Nein, nicht gut. Nicht drauf. Das hab' ich ja auch erwartet. Hör auf zu meckern. So, da kommen zwei neue. Oder drei. Oder vier. Oh, hier komm' ich doch raus, oder? Sehr schön. Sehr schön. Hier sind wir in Sicherheit. Okay, jetzt bin ich offiziell. Die Area haben wir erstmals hinter uns. Meine Güte, das wird hier nicht leicht bei dem Spiel. Das geht immer schlimmer. Auf jeden Fall, wir sind hier in einer Stadt angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schaltet rein, wenn's weitergeht mit Joel und Ellie. Und ansonsten gebt mir ein Abo und die Flosse flop. Jetzt werde ich am Abend. Das ist zu. Auf der Weihnachtsfeier hat's dir auch gefallen.